Ist schon gut. Ja, Wacke, das ist kein Hund, das ist ein Schwein. Ja, der jammert so wie du manchmal. Moin. Ja, meine Lieben, das ist ein Gejammere. Herzlich willkommen im Naturatelier Schatztruhe, die Jakob und Hauserwalt Hexe. Ja, ihr seht schon, ich bin unterwegs im Tierpark auf Guteiderbichl bei Salzburg. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack auf mein Video, das ich morgen reinstellen werde. Und das ist sehr tierisch. Und ich hoffe, ihr guckt rein. Denn es ist wirklich eine Freude, diesen Tieren zuzusehen, wie sie ihr Leben genießen auf diesem Gnadenhof. Denn diese Tiere haben schon einiges Schlimmes erlebt. Ja, vielleicht bekommt ihr jetzt Lust und Freude, morgen meinen Film zu sehen. Alles Liebe, bis morgen.